Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start. Wir sind bei mir in der Wohnung in meiner kleinen Couch-Ecke. Ja, wir chillen hier und ich wollte noch ein kleines Update-Video bringen, Leute. Wir haben ja in letzter Zeit immer so eine Sache gehabt. Was spielen wir, was spielen wir, was spielen wir? Die Frage ist nach dem Spiel. Die einen wollen das sehen, die anderen wollen das sehen. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen CSGO gespielt, weil ich bin jemand, mir macht das... Oder ich kann nicht etwas spielen, was mir keinen Spaß macht. Jetzt hat mir in letzter Zeit CSGO wieder Spaß gemacht. ARK hat eine sehr lange Zeit Spaß gemacht, macht mir auch, denke ich, immer noch Spaß. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Server. Kommt aber alles noch. Und jetzt ist heute Dark Souls 3 rausgekommen, glaube ich. Zumindest für alle normalen Leute. Ich habe das irgendwie eh verpeilt, deswegen dachte ich mir... Digga, Dark Souls 1 war cool, Dark Souls 2 war nicht so cool. Gucken wir mal, heute im Stream Dark Souls 3. Wer Bock hat, schaltet ein. Wir werden mal ein bisschen shichern vielleicht. Vielleicht trinken wir ein bisschen. Auf jeden Fall zusammen zocken, ist ganz cool. Ich wollte hier das Update-Video einfach nochmal raushauen, damit... Oder keine Ahnung, Leute lassen sich ja gerne spoilern. Es gibt ja auch andere YouTuber, die sowas rausbringen. Wenn jetzt jemand das Bock hat, zum Beispiel nur bei uns zu sehen, weil wir ja damals Dark Souls 1 Videos gemacht haben, der kann das gerne auf Twitch dann sehen. Vielleicht nimmt mich das Ganze sogar auf oder so mal gucken. Also, je nachdem, wer Bock hat, das bei uns zu sehen, ist heute Abend herzlichst eingeladen. Sonst kann ich noch sagen, ich habe mit Blizzard ein bisschen geschrieben. Die haben mich für die Legion, WoW Legion, für das nächste Add-on freigeschaltet. Ich war ja damals ein sehr großer World of Warcraft-Fan. Pre-Vanilla habe ich leider nur kurz gespielt. Burning Crusade, mein Lieblingsteil, immer noch genauso wie Vanilla. Also, doch, ich habe schon ein bisschen länger Vanilla gespielt, aber nicht vergleichbar so viel wie manche andere. Wir wollten die Cover auch ganz cool. Danach kam nur Scheiße und ich muss sagen, Legend angespielt. Sind noch sehr viele Bugs, also ist natürlich nur eine Alpha. Aber Leute, das spielt sich wieder wie die alten Zeiten. So wie Burning Crusade, wie Vanilla, würde ich sagen. Also, ich bin wirklich übertrieben mega gehypt auf das Game. Empfehle ich euch allen, man. Empfehle ich euch allen. Zumindest, es hat ja noch Zeit. Zumindest empfehle ich es mir selber. Also, macht mir Bock. Macht mir Bock, Leute. Wenn wir vielleicht... Ja, okay. Die Sache ist, Legion kannst du im Stream nicht besonders spielen. Du kannst die Charaktere angucken. Da haben wir mal vormittags am Stream gemacht, so ein Kleiden. Weißt du, weil ich dachte, da kommt keiner. Also, mach mal einfach so mal. Mach mal einfach mal, ne? Guck mal so, was da abgeht. Legion war schon cool, Mann. Da haben wir Hexmeister, Schurke haben wir angeguckt. Druide haben wir kurz angeguckt. Hat sich einiges verändert. Was ich geil fand, war, dass sauviele Zauber- und Fähigkeiten mit rausgenommen wurde. Dass er so minimalistisch wieder gehalten werden konnte. Heißt also, nicht jeder kann sich heilen. So damals, oder es wurde ja eingeführt. Und ich glaube, mit Kataklysm, dass Schurken sich heilen könnten. Dies, das und so. Ist jetzt weg. Jetzt haben wir eine Heal-Potion als Ability gegen 30 Energie, glaube ich. Aber so. Sonst alles wonderful, Leute. Spiel wird besser. Das ist das, was ich sehen wollte. Das ist vielleicht auch das, was ihr hören wolltet. Keine Ahnung. Wenn es kommt, wird es auf jeden Fall World of Warcraft-Themes geben. Vielleicht gibt es es auch vorher. Also, ich habe jetzt gestern sogar bei Blizzard mal meinen Account bezahlt. Muss man ja monatlich zahlen. Mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt ein paar Inis oder so. Am Wochenende. Aber ich will das so außerhalb der normalen Streamzeit machen. So, vielleicht nachts oder so, wenn ich normalerweise Stream ausmache. Vielleicht eine Stunde World of Warcraft. Oder morgens mal, wenn ich aufstehe. Wetter ist geil. In den letzten Tagen war das Wetter so geil. Oh mein Gott. Einfach nur wonderful. Naja, Leute. Update-Vlog. Bleibt cool. Ist schön Kratzeis. Denn es wird langsam warm. Peace out. In Ulster ist es, generates Schladd ist reveler Neukams. Vielen Dank.